Wenn Teamziele zur Kunst im Fußball werden. Bisschen paar Fußball-Videos, das ist ganz entspannt. Wenn Teamziele, when teamwork's goals becomes art. Wenn Tore Kunst werden. Ah, okay. Jetzt kommen so geile Assists, glaube ich. Hört man direkt, deutscher Kommentator, ne? Boah! Boah! Zu krank. Zu krank gemacht. Der Pass war in Ordnung. Aber jetzt kommt Özil. Ja, das Tor war jetzt nicht krass, Alter. Das war ja voll normal. Da gibt's einen Angriff von Real Madrid. Ich glaube, gegen Ajax war das. Boah, starkes Tor. Julian. Was ist das? Was ist das? Mal gucken, weiter. Man! Gib mal bitte Tore an ihn, Schatz. War das das Tor? Ja, man. Guck mal, das Tor jetzt. Ich glaube, das war das. Guck mal, wie die jetzt spielen. Guck jetzt. Zack. Nee, ich glaube, das war das gar nicht. Oder doch, jetzt spielt er nochmal quer. Das war sehr stark. Das war sehr stark. Und hat mit Neymar die nächste Gelegenheit. Neymar. Boah, Angel. Heißt der nicht Angel? Es ist sensationell, Freunde. Es ist unglaublich. Freunde. Oh mein Gott, Digga. Was war das für ein Doppelpass? Oh mein Gott. Das war mit einer der krassesten Doppelpässe. Guck mal, was sie gemacht haben. Tag, Tag. Angel heißt der doch. Angel. Chiesel, Cholo, Cholo. Angel, Chiesel, Cholo. Ugo, Ugo. Suarez. Boah, ist der noch MSN Messenger? Messi, Neymar, Suarez. Boah, und der hat noch die Eier, den Ball anzunehmen. Und das ist, wie schnell sie es tun können. Die Verteidigung und Barcelona-League. Stark, er spielt auf Özil. Das war sehr stark. Und Özil spielt nochmal rüber. So wird Fußball gespielt. Fußball. Ja, Xavi und Iniesta vermisst man auch. Bisschen noch, wo früher jeder gesagt hat, ey, Messi kann nur was wegen Xavi und Iniesta, weil die den Ball vorlegen. Jetzt sind Xavi und Iniesta beide weg und Messi rasiert trotzdem alles seit Jahren. Diese Kritiker damals. Konter aus der Hölle von Belgien, ne? Belgien, Belgien. Und da kommt, ne? Messi einfach aus dem Fußgelenk, so ein Pass. Was ist das für ein komisches Bild, Alter? Alter Schwede, das war krass gemacht. Ich freue mich so auf Champions League. Aber ich habe gehört, dass Real vielleicht nicht spielen darf. Oh mein Gott, wie stark. Weil Mariano Corona hat oder so, ne? Stimmt das? Boah. Boah. Alter. Boah. Das hat Benzema da gemacht. Ich finde Benzema ist zur Zeit echt voll am Aufblühen Also bei Real Ich fand den immer nicht schlecht Aber jetzt ist der irgendwie in einer guten Zeit Oder? Ich freue mich schon auf Das war das Tor Das war dieses Tor, was ich meinte, glaube ich Das war so krank kombiniert Da gab es eine Perspektive von ganz oben Lieber unnormal Weil jetzt ist er nicht mehr am Statten von Ronaldo Das stimmt schon, Benzema War jetzt nicht besonders Also bestimmt wichtige Tore gewesen auch Aber war jetzt vom Spielstil her nichts Besonderes Der Ball ist die ganze Zeit in der Luft Was geht da ab? Halt den Ball flach, sagt man doch Bruder, was war das für ein Tor? Fußball ist so ein geiler Sport Den muss man einfach lieben, Digga Also für mich im Sport gibt es nichts Geileres als Fußball Digga Ibra Vosch war schon überall auf der Welt, ne? Fußball muss man leben Boah Riyad Ja, das war schwach verteidigt Vom Ballerinen Hätte der haben müssen Bayern-Transfer War es schon vorbei? Boah Dieser Beat, alter Pate Ey Habt ihr das schon mal gesehen Dass ein Spieler im Spiel Den Ball hochgehalten hat Einfach Around the World gemacht Hat das schon mal jemand gemacht? Hat das schon mal jemand gemacht? Habt ihr noch nie gesehen, dass jemand Around the World gemacht hat? Ach ja, Neymar Oioioi Wisst ihr noch, wo Ronaldo den hier gemacht hat? Anelka Oh mein Gott, Digga Anelka Drogba Malouda Ashley Cole John Terry Lampard Drogba Bruder, was zur Hölle hatte Chelsea damals für eine kranke Truppe? Esien Ramirez Ciao Riccardo Cavallo Der Innenverteidiger war auch nicht schlecht Ach, ich hab zweimal Drogba gesagt Aber ey Chelsea hatte damals so eine kranke Mannschaft Ey, seid mal ehrlich, bitte Zu krank Unglaublich Boah Was geht, Mo? Ich bin Samstag im Urlaub, Alter Was geht bei dir? Ich hab schon geöffnet Soll ich deine öffnen, oder was? Was hast du für welche? Ah, der Ben Yedder hat den rein Boah, der Beat ist geil Boah, ich hab das einfach zweimal Drogba gesagt Boah, geiler Pass Fang Soll ich aufmachen, Mo? Kann ich machen nach dem Video, Alter Wir können schon Platz 5 der Welt aufmachen, wenn du Bock hast Letzt du mich Party ein? Oder soll ich Discord kommen? Boah, damals Argentinien, Alter Boah, damals Argentinien, Alter Junge, wie man diese Zeiten vermisst Seid mal ehrlich Das ist Kambiasso Wer kennt noch Kambiasso? Oh mein Gott, Rosicki Oh mein Gott, wer kennt denn noch Rosicki von euch? Kennt ihr noch Thomas Rosicki? Damals Dortmunder Legende, Digga Alter, Thomas Rosicki Hammer, Alter Das sind so Namen, die hat man voll Nicht mehr im Kopf Weil wenn man die wieder hört Dann Gänsehaut Er fühlt richtig seinen Jubel Memphis, oder was? War der Biel, Alter Party Jetzt runter, runter Stark Boah, stark Boah Der hat dir alle Hops genommen Er hat Party ein, wo? Boah Stark Ja, da waren coole Tore dabei Aber viele Tore, wo ich auch sagen muss Ey, das war jetzt nichts Krankes Also es gibt schon noch krassere Tore Die ich jetzt im Kopf habe Sehr, sehr geil War wirklich sehr, sehr stark